Grüezi und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir fahren heute auf den Weihnachtsmarkt nach Bremengarten. Es ist eine ganz alte Stadt. Da haben sie sogar einen Hexenturm. Ganz creepy ein bisschen. Da haben sie die Hexen eingesperrt und was sie dann mit ihnen gemacht haben, also lasst euch verzaubern, kommt mit. Klingt sehr zauberhaft mit dem Hexenturm. Wir sind mal auf dem Parkplatz gelandet, auf dem allgemeinen Sammelparkplatz, ganz weit draußen, schon fast wieder zu Hause. Ja, ist ein kleines Städtchen und jetzt müssen wir in so einen Sammelbus. Und dann geht's auf den Weihnachtsmarkt. Freust du dich, Marvin? Ja, ich freue mich. Gar kein Bock auf den Bus. Meine Anxiety rising up. War gonna be fun, I guess. Dann komm mal. Da hast du schon warme Hände. Wir haben so auf den Pischen warm, wenn ich noch weniger bin. Maronen. Oh, endlich mal. Ups. Warme Finger. Da, da, da. Da sind sie drin. Lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. Jetzt muss ich sie öffnen. Guck mal, die schneiden die so an der Seite ein. Bei mir hat es letztens nicht geklappt. Oh, nicht das lieber. Oh, das ist einfach der Ding. Ja, das holen die Vögel. Du hast da extra an der Seite doch so eine... Ah, nee, gibt es hier nicht. Doch, da ist doch echt so eine zweite Seite. War nicht gut. War schlecht. Die war bitter. Die sind echt bitter. Also, wir sind angekommen und meine Mutter spuckt erstmal den Boden auf voll. Richtig geil. Wie schön ist es hier zu sein mit dir. Die war bitter. Die war richtig bitter. Richtig gut. Und ihr habt so mit Genuss reingebissen und da war die so bitter. Die war ekel. Bei mir einhacken. Bei mir einhacken. Wie schön, wie schön. Es ist alles glitzer. Schau mal die Engel. Wie hübsch die Engel sind. Das ist ja auch immer. Die war nicht so... Du bist doch im Nacht der Karte. Ja, das ist ja nur einhacken. In der Seite. Da moppelt jemand. Heiße Maroni. Richtig süß hier. Und da hinten, dieser Turm, das ist der Hexenturm, der da hinten ist. Das ist er. Das ist der Hexenturm. 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 Wenn ich so eine Mütze nehme, so eine Mütze, dann sieht es schälen mit dem Hund. Die ist richtig geil. So eine Mütze. Und da, wo es am lautesten ist und am meisten los ist, gibt es den geilsten Dürrwein. Hier ist es nicht schwer. Hier ist es das Feuer. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Oder bist es du? Oder bin es ich? Vielleicht fällt die Kamera ins Meer hier. Also nicht, dass ihr denkt, dass ich zu viel getrunken habe. Ich habe einen Glühwein getrunken. Wie viele Dürrwein hast du getrunken? Einen? Nur, ich vertrache gar nichts. Da könnt ihr mal sehen, was es für Auswirkungen hat, wenn man einen Glühwein getrunken hat. Ich hoffe, es hat euch mein Vlog gefällt. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. N.O.: Genau das ist fertig Ist, bis zur Maschine geholt. Ab Roxanne. Nie endlara mal die Erbenen-Math Campus. Jetzt sind das Ch ness akneh opened. Daária gehen lanes mit kurz иногда zu herein. ились Chloe und Musikeln. corner Männer kommen zusammen so in verif�engen.